Installierst du das Betriebssystem auf deinem Raspberry Pi mit dem offiziellen Imager, wo man hier einfach das Modell auswählt, zum Beispiel Raspberry Pi 4, dann das gewählte Betriebssystem, was man sich da drauf wünscht, noch die Speicherkarte und dann auf die Karte schreiben, nachdem es heruntergeladen wurde? Das kann man machen, es gibt aber eine Alternative, wo der Raspberry Pi sich sozusagen selber installiert, nämlich die Netzwerkinstallation. Die möchte ich euch heute auf dem stabilen Stand zeigen. Ich habe da schon mal einen Beitrag 2022 gemacht, wo das Ganze vorgestellt wurde. Damals war es noch in der Beta, ein paar Sachen haben sich geändert, zum Beispiel, dass das Ganze mittlerweile stabil in der stabilen Firmware enthalten ist, das heißt, jeder kann das jetzt nutzen. Hier sind auch ein paar Bilder drin, um sich das vorstellen zu können. Man hat hier den Raspberry Pi Imager, den ihr eben hier gesehen habt. Diese Oberfläche hat man direkt gebootet, das heißt, ihr startet euren Raspberry Pi 4, kommt hier in die Oberfläche rein, dann könnt ihr hier auswählen, was möchte ich dort installieren. Dann lädt das Betriebssystem herunter und installiert das auf die Speicherkarte. Der Zwischenschritt über einen Computer entfällt, sodass der Pi sich selbst installieren kann. Bevor wir uns die Einrichtung angucken, kurz ein Blick in die Geschichte, wie ist denn das überhaupt entstanden? Ich habe es in meinem letzten Beitrag hier schon ein bisschen angedeutet. Mit Noobs gab es schon ein Tool, das konnte etwas Ähnliches, und zwar wird Noobs, hier sieht man es direkt, auf dem Raspberry Pi gestartet. Das ist so eine Art Preboot-Umgebung, wo ich jetzt hier ein Betriebssystem auswählen kann, drücke hier installieren, es wird dann direkt runtergeladen, sowie auf der Speicherkarte installiert. Dazu hat es noch weitere Funktionen, wie zum Beispiel einen Bootmanager, man kann Multiboot machen, hier seht ihr das, zwei Betriebssysteme auf der gleichen Karte. Das ist hier also schon ziemlich lange möglich gewesen, das kam nämlich 2013. Das Projekt ist mittlerweile eingestellt, es gibt aus der Community einen Nachfolger, PIN heißt der, da habe ich ja auch ein Screenshot weiter unten mit drin, genau. Sieht also relativ ähnlich aus, bietet auch ähnliche Funktionen. Heute möchte ich aber auf diese Netzwerkinstallation eingehen. Die kann nicht alle Funktionen von PIN abdecken oder von Noobs, aber doch ein Kern davon. Gucken wir uns das in der Praxis an. Die erste Voraussetzung ist ein Raspberry Pi 4, denn leider gibt es die Netzwerkinstallation noch nicht für die Firmware von Raspberry Pi 5, die fehlt da bisher. Bei Raspberry Pi 5, da bleibt für eine vergleichbare Funktionalität also bloß PIN. Der Bootloader, der hier diese Netzwerkinstallation unterstützt, der ist Teil der Firmware. Früher war es ja in der Beta, mit 2022, minus 04, minus 27 ist es in die Stabile gekommen. Wir sind jetzt auf einem Raspberry Pi 4 und müssen jetzt erstmal prüfen, welche Firmware haben wir da installiert. Man sieht es teilweise beim Starten kurz. Am einfachsten ist es aber, wenn man hier auf dem Pi ein Instillus Raspberry Pi OS hat, wo man nachgucken kann. Hier ein Raspberry Pi 4, da gucken wir jetzt mal. Und zwar mit sudo rpi minus eeprom minus update, nicht config. Dann guckt er hier erstmal up to date, welches Release haben wir eingestellt und hier am wichtigsten, welche Version ist installiert. Das ist jetzt in einem anderen Format, 11. Januar von 2023. Das heißt, die wäre aktuell genug. Nur wenn hier jetzt eine ältere Version, als eben 27.04.2022 steht, dann müssen wir updaten. Fürs Updaten ist erstmal wichtig, ob das aktiviert ist. Es gibt nämlich verschiedene Zweige. Die sieht man hier bei Release. Der ist hier auf Default. Default heißt Werkseinstellung. Heißt, hier wird nie was aktualisiert. Das können wir mit sudo raspi minus config umstellen. Das ist so eine Oberfläche für verschiedene Einstellungen vom Raspberry Pi. Habe ich auch schon mal in einem eigenen Beitrag vorgestellt. Jetzt an der Stelle gehen wir mal direkt rein in erweiterte Optionen, also Punkt 6. Da gibt es dann jetzt eine Einstellung Bootloader Version. Die haben wir gerade gesehen, stand bei uns auf Default. Das heißt, die müssen wir jetzt erstmal hochsetzen auf Latest, damit wir hier die aktuelle stabile Version bekommen. Also Latest heißt nicht Beta oder sowas, sondern stabile Veröffentlichungen. Das bestätigen wir jetzt noch einmal hier mit Yes. Wir möchten, hat er umgestellt. Wenn wir jetzt hier mal zurückgehen, sagt er, wir müssen einmal neu starten, damit das übernommen wird. Nach dem Neustart erstmal die Paketquellen mit sudo apt update auf den aktuellen Stand holen, denn hier werden nämlich die Updates vom e-eproben System verteilt. Da gibt es ein eigenes Paket. Können wir mal mit apt list upgradable gucken. Da gibt es hier ein Paket rpi-eeprom, das hat hier ein Update bekommen. Das heißt, die spielen wir zuerst mit sudo apt upgrade ein, bevor wir jetzt weiter fortfahren. Wenn wir jetzt nochmal sudo rpi-eeprom-update aufrufen, dann sagt er, ups, wir haben hier ein Update verfügbar, nämlich auf der 2024 Version. Das können wir jetzt mit minus a einspielen. Dauert einen Moment. Jetzt einmal Neustart und wir sind auf der aktuellsten Version. Alternativ geht es auch von außen über die Speicherkarte. Da müsst ihr hier im Imager einmal runterscrollen in der Liste von Betriebssystemen. Da gibt es hier nämlich MISC-Atality-Images. Da geht ihr einmal drauf, dann auf Bootloader. Zum Schluss müssen wir noch die Startreihenfolge anpassen. Und zwar HTTP-Boot, also Starten von HTTP, das ist technisch die Grundlage, wie das Ganze umgesetzt wurde. Das heißt, er lädt sich hier ein Abbild herunter, ein minimales Abbild, von dem startet er und kommt dann in diese Edition vom Imager. Damit die Netzwerkinstallation auch gestartet wird, muss die jetzt noch in der Startreihenfolge vermerkt werden. Hier ist die Übersicht, welche Möglichkeiten es da gibt. Hier wäre das HTTP, das heißt, der wird 7 in Dezimalem. Gesetzt wird es mit sudo rpi-e pro minus config und dann minus e oder minus minus edit. Hier fehlt jetzt die Startreihenfolge, die muss hinzugefügt oder falls sie schon drin ist, angepasst werden. Wichtig, ihr geht immer von rechts nach links, das heißt, er versucht zuerst die 1, 1 wäre hier die Speicherkarte. Wenn das nicht klappt, dann geht er auf 4, also USB-Medien, die extern angeschlossen sind, wie USB-Sticks, externe Festplatten und ähnliches. Falls auch das nicht klappt, kommt jetzt die 7, das heißt HTTP-Boot und damit geht er eben in die Netzwerkinstallation rein. Das Ganze speichern mit STRG X. Wichtig, jetzt braucht es einen Neustart, weil das Ganze im EEPROM, also im internen Speicher von MySprayPie liegt und nicht auf der Speicherkarte. Wenn wir jetzt also neu starten, wird das erst da reingeschrieben. Drum hier einmal neu starten, bevor wir anschließend testen können. Nach dem Neustart fahre ich den herunter, entferne dann sämtliche Startmedien, also Speicherkarte, USB-Stick, was da halt dran ist. Wenn ich jetzt starte, dann kommen wir hier in diese Oberfläche. Das ist jetzt eben der Imager als direkt startbare Version, die Netzwerkinstallation. Da versucht er jetzt nochmal von der Speicherkarte zu starten. Da kann man jetzt das Ganze beschleunigen, indem man Shift gedrückt hält. Dann versucht er nämlich jetzt hier den Imager komplett zu starten, damit wir da jetzt gleich ein Betriebssystem drüber installieren können. Ab hier wird eine Netzwerkverbindung benötigt und zwar über Kabel, also über Ethernet. WLAN wird leider nicht unterstützt. Dafür braucht es dann Alternativen, wie zum Beispiel die Noobs-Nachfolger. Nun sind wir drin. Ihr seht, das sieht aus wie der Imager am PC, nur eben hier in Vollbildschirmgröße. Da kann man jetzt hier links sagen, welchen Raspberry Pi habe ich. Hier zum Beispiel ein 4er. Dann, wie gewohnt, auch die Betriebssystemliste. Kann man jetzt hier gucken, entweder Raspberry Pi OS oder auch andere. Ich nehme jetzt mal hier das. Plus eben jetzt müsste eine Speicherkarte reingesteckt werden oder eben ein Gerät, wo ihr drauf installieren möchtet. Kann ja auch ein externes sein. Ist nämlich ansonsten hier leer. Ich schiebe die mal rein. Jetzt taucht die hier auf. Man kann sie auswählen. Jetzt kann es losgehen. Ihr habt sogar die Möglichkeit, das Ganze hier noch vorzukonfigurieren mit Edit Settings. Genau wie am PC kann man jetzt zum Beispiel SSH aktivieren, einen Benutzer anlegen und so weiter. Oder wenn man es weglässt, dann kommt eben der Einrichtungsassistent, den man schon kennt. Wenn man jetzt sagt No, dann wird es komplett ohne Voreinstellungen auf den Datenträger übertragen. Noch bestätigen, dass auf der Karte alles gelöscht wird. Jetzt geht es los. Er lädt sich das Abbild herunter, entpackt es und es wird dann anschließend hier auf die Karte kopiert. Falls das für dich nicht so ganz das Richtige ist, weil du zum Beispiel WLAN brauchst, dann schau dir mal meine anderen Beiträge und Videos an. Hier habe ich zum Beispiel einen gemacht zu den Nachfolgern von Noobs. Das kann nämlich erstens mehr und zweitens hat es auch die Möglichkeit, WLAN zu verwenden. Das heißt, da müsst ihr nicht zwingend die Kabelverbindung nutzen. Ich wünsche euch viel Erfolg bei den Projekten. Tschüss, bis zum nächsten Mal.